Dann mal rein da. Tagesaufgabe. Steht an. Nee, komm. Wir gehen einmal in die Mine. Versuchen so vorsichtig durchzuspielen wie letztes Mal. Und dann machen wir die Tagesaufgabe. Wobei das letzte Mal echt nervig war. Und warum sind da zwei Flaschen? Das ist auch neu. Aber ne, wir wollen da rein. Und was ich gerade über letztes Mal sagte. Also das Leben vor der Tagesaufgabe war ja richtig schick. Dann kann die Tagesaufgabe und war... Nee, nee, nee. Hätte besser sein können. Gucken wir mal. Na, das war nicht gut. Das war auch nicht gut. Jetzt müsste ich eigentlich schon neu starten. Nee. Okay, das war definitiv eine gute Entscheidung, zuerst in die Mien zu gehen. Hops. Nichts drin. Ich höre eine Blondine. Ist hier aber nichts. Hast du den Ausgang? Da kommen wir her. Oh. Hm. Okay. Falsch. Komm ich da? Ja. Das heißt, die Blondine muss irgendwo ganz oben links sein. Bin ich nicht wirklich motiviert. Nee, 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 nee. Kein Knutschi und Leben verloren und fast kein Gold gemacht. 3.000, 2.000. Nee, weg, 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 weg. Komm. Was bist du? Eisstrahler. Hm. Sachen gibt's. Du bist eine böse Falle. Haben wir hier was? Stachelt. Ich mag das Leben hier nicht. Ja, bye-bye. Nee, 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 nee. So schon mal gar nicht. Wir hätten gerne eine Fortsetzung. Wir würden gerne in den Dschungel. Wollte, nee. Hey, kleine Mann. Können wir nicht mitnehmen? Nee, können wir nicht. Toten sind rastlos. Oh, sehr schön. Gleich was Neues herausgefunden. Hier sind überall so eine komischen... Äh. Das sieht sehr interessant aus. Vor allem eine Tiki-Statue da. Hallo? Neuer Tagebucheintrag. Yang Ji. Diese Rundhute greift Menschen an, um ihnen die Lebenskraft auszusaugen. Okay. Können wir dich irgendwie... Ist da was drin? Nö. Ist hier was bei dem König drin? Ah, plus 5000 Gold. Sehr schön. So. Machst du irgendwas garstiges bauen? Nö. Du bist nur dick. Oh, okay. Nö, Blondine ist da unten. Wupp. Daumen drücken, dass hier nicht getroffen wird. Sehr schön. Und was machst du? Oh. Äh. Weg, 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 weg. Der sorgt instant dafür, dass der Geist kommt. Oh. Oh. Edelstein. Yikes. Yikes, yikes, yikes. Wo ist der Ausgang? Da ist der Ausgang. Weg. Okay. Es gab gut Gold. Also merken für die Zukunft, den Schädel erst aufheben, wenn die Molotin in Sicherheit ist. Und da ist er explodiert. Hopps, hopps. Mist. Okay, bleib. Weiter, weiter, schnell, 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 schnell. Du kommst mit. Du kommst mit. Komm. Wiff hoch. Und ja. Weg, 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 weg. Da ist eine Blondine. Ähm. Das wird nichts. Da rast der auf jeden Fall. Okay. Weg. Irgendwie. Yikes. Komm, lauf und raus. Also wir machen schon Gold. Aber irgendwie ist das gerade richtig komisch zu spielen. Weiß auch nicht. Normalerweise gehen wir immer schön taktisch durch. Das ist wieder was. Ähm. Also einigermaßen taktisch durch. Finden immer eine Blondine und so weiter. Dann passiert irgendwas rund vorher. Sie waren so ein bisschen tot. Und jetzt. Ähm. Weg. Jetzt nicht so glücklich. Jetzt finden wir aber keine Blondinen. Hopps. Oh. Da ist schon mal keine. Ich habe eben gerade aber einen Helpschrei gehört. Da. Nein. So. Wird dazu. Äh. Ne. Wir wollen jetzt nicht hier. Wir wollen. Raus. Wir wollen ins Hauptmenü. Ja. Wir wollen jetzt den richtigen Nerven kitzeln. So. 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 Durchatmen. Nicht rumblödeln. Blondine zuerst finden. Da noch alles andere. Oh. Das war ja einfach. Du. Komm mal mit. Warte. Hier. Nicht gleich wieder runterlaufen. So. Kommst du. Das war auch ein wenig Risiko behaftet. Aber okay. Peitsch. 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 Spinnen kommen da nicht durch. Sehr gut. Für die einen Goldnüste gehe ich da nicht hin. Das dauert zu lange. Hallo. Spinni. Wo. Oh. Das ist nicht gut. Das ist nicht Glück gehabt. Das hätte ins Auge gehen können, wenn da irgendwelche Stacheln gewesen wären. So. Komm. Gib mir Bomben. Ne. Okay. Ne. Dich wollte ich nicht werfen. Dich wollte ich werfen. So. Oh. Ops. Stachelpfeile. Kleine Goldmünze. Komm. Fall ordentlich. Nein. Das wollte ich nicht. Du bist. Storypadding. Ich wollte Blondinen davor werfen. Und nicht heldenhaft selber den Pfeil abfangen. Wir machten sowas. Zwei Herzen. Bist du ein Sch... Nein. Bist du nicht. Ne. 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 Heute ist nicht mein Spelunky-Tag. Irgendwie. Will das nicht. Hätte wahrscheinlich doch erstmal schön anderthalb Stunden oder was vor mich hin grinden sollen. Zig Folgen aufnehmen und dann die Tagesaufgabe machen. So. Ich höre Schlangen. Ich sehe eine Spinne. Hier ist der Runtergang. Okay. Oh. Zwei Herzen. Au. Ausbringt ganzes. Dich haben wir schon ausgelöst. Ne. Au. Au. Und. Doofes Spelunky. 16.000. Das wird doch niemals irgendwas Tolles sein. Ne. Absolut nichts Tolles. Alle sind über mir. Ja. Hier bin ich. Ah. Es gibt jetzt schon eine dritte Seite. Okay. Aber ja. Nicht schön. Gar nicht schön. Was mache ich denn da? Ich glaube. Probe ich einfach nochmal. Also nicht die Tagesaufgabe. Sondern einfach nur durch. Weil irgendwie. Weiß ich nicht. Zu wenig Kaffee. Zu wenig Zucker. Komm runter. Da rein. Jetzt kannst du mal spielen. So. Also. Hüpf, 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 hüpf. Nicht zu schnell die A-Taste drücken. Kling. Kling. Da oben würdest du glatt mal ein Seil. 1.500 Gold kann man nicht meckern. So, ich höre eine Blondina. Da unten. Könnten uns hier durchsprengen, aber ich gucke erst mal, ob es irgendeinen normalen Weg gibt. Wir müssen ja nicht verschwenderisch sein. Oh, das war nicht so schön. Oder hätte nicht so schön enden können. Dich hätten wir gerne und dich eigentlich auch. So, wir müssen jetzt schräg nach oben rechts zu der Blondina. Da. Und zwar nicht am besten direkt unter jedem Stück, sondern so hier. Sehr gut. Ist da oben noch was? Da wäre eine Kiste und da wäre Edelstein. Ja ne, da kommen wir eh nicht ran. Gold. Und Ausgang. Aber da kommen wir nicht wieder zurück. Hopps. Komm, komm, komm. Nicht aufwachen. Runter, runter, runter. So. Das ist doch mal ein schönes Level. 10.000 Gold. Kein Lebenspunkt verloren. Und Blondine. Und alles gut. So muss das laufen. Verdammt. Klick. Ich höre Schlangen. Das ist gut. Das heißt Spitzhacke, Edelsteine und was weiß ich. Wo ist der Schlangenbeier? Genau. Plup, 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 plup. Hier sind ein paar. Ne, hier sieht so aus. Ja. Das ist bestimmt der Zugang. Ich würde eigentlich ganz gern zu der Kiste da auch noch hin, aber na gut. So. Edelsteine. Komm. Peitsch, peitsch. Hey. Limmhaus. Greifst du mich mal? Da. An. Nein. Ich würde gerne nach schräg oben peitschen können. Aber gut. Wir wollen die Kiste. Und wo war die Blondine jetzt? Ich höre sie immer noch schreien. Mist. Äh. Da nach da. Willkommen. Oh. Da kommen wir ran. Oh. So. So. Oh. Sehr schön. Äh. Woher nicht? Oh. Hier springen für dich. Dann hätten wir gerne einen Zugang nach da. Um da hinzukommen. So. Oh. Ein Händler. So. Oh. Ein Götze. Der den Händler umbringen könnte. Der. Ich weiß ja nicht. Die kommen nichts riskieren. Das ist eh keine Daily. Also die Punkte sind nicht ganz so wichtig. So. Dann nehmen wir dich mit und gehen da rein. Weil ich will einfach mal von dem Spielinhalt her weiter voran kommen. Bestliste schön und gut. Äh. Aber die haben wir jetzt eh vergeigt. Also hier. Nein. Das war nicht so schön. Achja. Zing. 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 So, Peitsch, Geburtschlag, Ding. Dich nehmen wir mit. Dich nehmen wir mit. So, und raus hier. Mö, 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 mö. Kein guter Tag heute. Ich probiere jetzt noch mit ganz viel Meckern, vielleicht klappt es dann ja besser. Skelett. Nein. Stachelfalle, ja. Egelsteine. Oh, da können wir was sprengen. Sprengen ist toll. Nein, sprengen ist nicht toll, weil der Blondin da am Weg ist. Mist. Was zur Hölle war das? Warum ist das Ding explodiert? Ich habe hier gestanden, habe nach unten geschlagen. Wie kriege ich sie da raus? Warte mal, könnte ich aufheben? Ne. Ja, tut mir leid. Vielleicht überlebst du es ja. Nö. Oh. Zeug. Und da ist ein... Götze, kein Schrein. Zing, 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 zing. Äh, ja, so ungefähr. Ausgang ist da. Also, wir schmeißen dich mal da hinten. Au. Ich gebe auch für heute. Ne. Ne, 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 ne. Ja, wir sehen uns morgen wieder. Vielleicht habe ich dann ja einen besseren Tag. Also, bis gleich. Bis gleich. Bis gleich.